Lüftet sich der Schleier über Pizzagate? Der amerikanische CBS-Reporter Ben Swann berichtete in seiner Fernsehsendung über das als Pizzagate-Affäre bekannt gewordene Pädophilennetz in den USA. Laut Swann bestehe der Verdacht, dass hochstehende Personen in einen Washingtoner Kindersexring verwickelt seien. Dabei verwies der Reporter auf Zusammenhänge mit der E-Mail-Affäre Hillary Clintons sowie ihres Wahlkampfmanagers John Podesta. In zahlreichen E-Mails kämen immer wieder Ausdrücke wie Pizza und Taschentücher vor. Laut Ermittlerkreisen handele es sich dabei um von Pädophilen häufig im Zusammenhang mit Kindersex benutzte Codewörter. In weiteren E-Mails habe sich John Podesta engster Verbindungen mit Dennis Hestert gerühmt, einem früheren Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der erst kürzlich von einem Gericht wegen Serienvergewaltigung von Knaben und Jugendlichen zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Ben Swann prangerte in seiner Sendung vor allem die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf Pizzagate an. Kurz danach wurde seine Sendung ohne jede Begründung abgesetzt. Alle seine privaten Facebook-, E-Mail- und YouTube-Einträge wurden nachfolgend gelöscht und er selbst wurde versetzt. Weshalb solch drastische Maßnahmen, wenn laut Mainstream-Medien an der ganzen Affäre ohnehin nichts dran sei? Anfang des Jahres 2017 wurden innerhalb von ca. vier Wochen USA-weit hunderte Personen im Zusammenhang mit Menschen- und Kinderhandel sowie Pädophilie von polizeilichen Bundesbehörden festgenommen. Erstaunlich ist, dass dieser Anstieg von Festnahmen lediglich von alternativen Medien aufgegriffen wurde. Von den US- und weltweiten Mainstream-Medien hingegen wurde er nahezu völlig ignoriert. Es stellt sich die Frage, ob es sich hier wirklich um beginnende positive Veränderungen handelt oder ob es hier wieder nach dem Motto geht, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Zum Beispiel bezeichnete Donald Trump in einer Pressekonferenz des Weißen Hauses den Menschen- und Kinderhandel als Geißel der Menschheit und als gefährliche Epidemie. Damit betonte er seine feste Entschlossenheit, den damit zusammenhängenden Kindersex-Skandal ohne Rücksicht auf Rang und Namen aufzudecken und ihm ein Ende zu setzen. Wörtlich sagte er, Wie ernst Trump es wirklich meint, wird die Praxis zeigen. Laut der Aussage eines Bahnten des US-Innenministeriums sind weltweit Staaten und Geheimdienste in pädophilen Netzwerke verstrickt. Politiker, die pädophile Tendenzen haben, würden nach seinen Aussagen bevorzugt für die Macht herangezogen, weil sie später erpresst und kontrolliert werden können. Viele der US-Politiker würden schon seit Jahren durch die CIA, das ist der amerikanische Geheimdienst, und den Mossad, das ist der israelische Geheimdienst, erpresst. Laut dem Ex-CIA-Agenten Robert Steele betrieben die beiden Geheimdienste zum Beispiel die sogenannte Lolita-Insel mit dem offiziellen Namen Little St. James Island, die dem pädophilen Milliardär Jeffrey Epstein gehört. Die Insel war laut Stil mit Kameras gespickt, die Videos von einigen der mächtigsten Leute in den erniedrigendsten Situationen aufzeichneten. Durch diese Verstrickung in pädokriminelle Praktiken geraten die hochrangigsten Staatsvertreter in einen inneren Konflikt zwischen der Befriedigung ihrer Sucht und der Furcht, dass ihr widernatürliches und strafbares sexuelles Verhalten so an die Öffentlichkeit gebracht werden könnte. Sie werden im hohen Maße erpressbar und so willkürlich lenkbar. So unglaublich diese Dinge in den Ohren rechtschaffender Bürger auch klingen mögen, die übereinstimmenden Zeugenaussagen solcher Geschehnisse werden immer breiter. Wo bleibt auch hier der Aufschrei der Medien und die Strafverfolgung? Putin warnt vor moralischem Verfall des Westens. Auf dem jährlichen Waldei-Kongress warnte der russische Präsident Putin im Jahr 2013 den Westen vor einem drohenden moralisch-ethischen Verfall. Unter anderem sagte er Eine große Gefahr für die russische Identität ist mit Ereignissen im Ausland verbunden, besonders in der westlichen Welt. Zahlreiche Länder haben einen Weg eingeschlagen, auf dem sie ihre eigenen Wurzeln einschließlich der christlichen zunehmend verneinen. Moralische Grundlagen und traditionelle, nationale, religiöse, kulturelle, ja sogar geschlechtliche Identitäten werden verleugnet oder zumindest relativiert. Dies geht bis dahin, dass sogar Satan mit Gott gleichgesetzt wird. Die Exzesse und Übertreibungen führen in diesen Ländern auch zu ernsten Bestrebungen, Pädophilie als normale Lebensweise zuzulassen, ja sogar zu fördern. Viele europäische Staatsbürger schämen sich ihrer religiösen Überzeugungen und haben tatsächlich Furcht, diese unter dem Druck von Political Correctness, also die vorgeschriebene Denkweise, zu äußern. Wir möchten mit der folgenden Sendereihe dieses von Putin angesprochene Problem des Wertezerfalls untersuchen. Schwerpunktmäßig soll das brennende, aber weitgehend verschwiegende Problem der Pädophilie und des Kindersexhandels sowie deren Zusammenhänge näher beleuchtet werden. Vor kurzem gab der niederländische Ex-Elite-Banker Ronald Bernhard in einem Interview Einblick in die schmutzigen Machenschaften des Finanzsystems. Als Mittelsmann zwischen Banken und Konzernen, Geheimdiensten und Terrororganisationen sah er, wie Kriege erzeugt und finanziert werden und dass das Elend in der Welt ganz bewusst hervorgerufen wird. Er fand heraus, dass an der Spitze der Geldmacht eigene Regeln gelten und dass ca. 8500 Menschen, die sich außer Welt fühlen, den Rest der Menschheit von sich abhängig gemacht haben. Als Zugehöriger zu den elitären Kreisen erlebte er live mit, dass die selbsternannte Elite die gewöhnlichen Menschen und den Planeten Erde als nutzlosen Abfall betrachtet, der nur so lange Daseinsberechtigung hat, solange er ihren Interessen dient. Er erkannte, dass die Machtspitze auf jede erdenkliche Weise Kontrolle über die Menschheit ausübt. Dabei schreckt sie vor keiner Grausamkeit zurück, wie ihnen im Folgenden nur ein kleines Beispiel aus der großen Palette an Machtmitteln erläutern soll. Das Thema ritueller Missbrauch, das meint ideologisch motivierte, schwere Misshandlung, im Rahmen von Zeremonien, wurde bisher sehr kontrovers diskutiert oder sogar als krude Verschwörungstheorie abgetan. Nun sagte Ronald Bernhard Ende April 2017 in einem Interview aus, dass er zu rituellen Kindsopferungen eingeladen wurde. Ihm wurde angeboten, im Rahmen von satanischen, also teufelsverehrenden Messen, Kinder zu missbrauchen, zu foltern und zu töten. Dieses krasse Ereignis war auch der Grund seines inneren Zusammenbruchs und Ausstiegs. Damit bestätigt er die Aussagen zahlreicher Zeugen und Opfer von rituellem Missbrauch, die unbegreiflicherweise kaum einen Aufschrei in den Medien bewirken oder Strafverfolgung nach sich ziehen. Im Internet einzusehen, zum Beispiel im Dokumentarfilm Höllenleben oder Frankreich ritueller Missbrauch. Bernhard schildert, dass diese Form der sadistischen Folterung von Kindern bis hin zur Tötung, was in diesen Kreisen knallhart praktiziert werde, bereits seit einigen tausend Jahren als übliches Ritual mit dem Glaubenssystem des Satanismus verknüpft sei. Nach diesen brisanten Aussagen bekommen die Berichte über die Dutroux und Pizzagate-Affäre, das sind belgische und US-amerikanische Kinderschänderskandale und die Affäre um den amerikanischen Milliardär Jeffrey Epstein, allmählich ein deutliches Gewicht. Doch wo bleibt hier die Justiz? Vor einigen Wochen erhob sich nahezu der gesamte politische und mediale Mainstream mit einer Stimme gegen den erfolgreichen deutschen Soulsänger Xavier Naidoo und die Band Söhne Mannheims. Sowohl etablierte Medien als auch politische Parteien werfen dem Sänger vor, das neue Album Mannheim beinhalte nationalistisches und antisemitisches Gedankengut und erklären ihn deshalb in der Öffentlichkeit zur Persona non grata, also zur unerwünschten Person. Wie Klagemauer TV in den eingeblendeten Sendungen berichtete, tritt dabei eine journalistische Arbeitsweise zutage, die offenbar darauf abzielt, die Person Xavier Naidous in der Öffentlichkeit zu verunglimpfen und dabei gleichzeitig von den im Album Mannheim veröffentlichten kritischen Inhalten abzulenken. Interessant ist, auf welches Thema hin die politische und mediale Verfolgung von Xavier Naidoo begann. Es war im Jahr 2012, als Naidoo zusammen mit dem Rapper Kool Savas das Album Savas gespaltene Persönlichkeit veröffentlichte. In diesem Album hinterlegte Naidoo einen inoffiziellen Bonustrack, das Lied mit dem Titel »Wo sind Sie jetzt?«, in dem er mit kräftiger Sprache den rituellen Missbrauch von Kindern thematisierte, der in hohen gesellschaftlichen Kreisen verübt werde. Von rituellem Missbrauch spricht man, wenn Opfer, meist sind es Kinder, im Rahmen von teufelsverehrenden Zeremonien sexuell missbraucht, gefoltert oder sogar geopfert werden. Eine Textpassage aus dem inoffiziellen Lied lautet wie folgt. Niemand will drüber reden. Wenn die Treibjagd beginnt, ziehen sie los, um zu wildern. Denn ihr Durst ist unstillbar und streit nach einem Kind. Okkulte Rituale besiegeln den Pakt der Macht. Mit unfassbarer Perversion werden Kinder und Babys abgeschlachtet. Teil einer Loge, getarnt unter Anzug und Robe. Sie schreiben ihre eigenen Gebote, Bruderschaften, er riecht aus Leid. Sie fühlen sich sicher und überlegen, posieren vor uns und lächeln ins Blitzlicht. Doch sie können so lange spielen, wie wir uns nicht informieren. Wo sind die Kämpfer hin? Auf dieses Lied reagierte ein Jugendbündnis der Linken mit drei Anzeigen bei den Staatsanwaltschaften in Mannheim, Berlin und Hannover. Xavier Naidoo wurde folgender Vorwurf gemacht. Aufruf zur schweren Körperverletzung und zum Totschlag sowie Volksverhetzung. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfülle der Liedtext jedoch nicht den Tatbestand der Aufforderung zu Straftaten. Auch der Vorwurf der Volksverhetzung sei nicht gerechtfertigt, heißt es. Entgegen der Anklage der Linksjugend, dass in dem Lied Homosexuelle mit Satanisten und Pädophilen gleichgestellt würden, habe die Prüfung des Textes keinen Anfangsverdacht der Volksverhetzung begründen können. In dem neuen Album Mannheim werde auf das schwere Schicksal der Opfer rituellen Missbrauchs aufmerksam gemacht, wie er laut verschiedenen Zeugenaussagen in elitären und okkulten Kreisen regelmäßig praktiziert werde. Ist es das letzte Mal, dass wir dich hier sehen? Lässt man dir keine Wahl? Musst du zur Schlachtbank gehen? Auch erwähnt Naidoo in einer Textpassage den kürzlich bekannt gewordenen und noch ungeklärten Pizzagate-Skandal, in den zahlreiche hochrangige pädophile US-amerikanischer Politiker verwickelt sein sollen. Sollte ein Journalismus, der sich objektiven Maßstäben verpflichtet fühlt, die Zeilen aus dem Song nicht zum Anlass nehmen, um selbst der Frage nachzugehen, was an dieser Thematik, die der Sänger anspricht, dran ist? Dass schwerer und organisierter Kindesmissbrauch nämlich kein Einzelfall ist, sondern in einem überaus hohen Maße stattfindet, zeigen zahlreiche Skandale. Zum Beispiel der Skandal um den englischen BBC-Moderator Jimmy Savile, der laut der Kinderschutzorganisation NSPCC seine Kontakte nutzte, um in einer streng gesicherten psychiatrischen Heilanstalt an Kinder heranzukommen. Er soll sich an über 500 wehrlosen Kindern vergangen haben. Oder der Skandal um den sogenannten Sachsensumpf in einem Leipziger Bordell, in dem laut der Zeugenaussage von Mandy Kopp Kinder zur Prostitution gezwungen wurden. Weiter sind zu nennen das pädophil-satanische Netzwerk im Fall Dutroux in Belgien, der Kindesmissbrauch im portugiesischen Waisenhaus Casa Pia, sowie der Skandal um den New Yorker Milliardär Jeffrey Epstein, der ein Kindersex-Netzwerk für die amerikanische Oberklasse geführt haben soll. All diese Fälle haben eine Gemeinsamkeit. Immer sollen laut Zeugenaussagen einflussreiche Persönlichkeiten aus der Oberschicht, Politiker, Banker, Staatsanwälte, Richter, Filmstars und Mitglieder der Königshäuser daran beteiligt gewesen sein. Dass sexueller Missbrauch von Kindern und satanische Ritualmorde auch benutzt werden, um bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erpressbar zu machen, sagte kürzlich Ronald Bernard, ein niederländischer Ex-Elite-Banker und ehemaliger Insider, in einem Interview aus. Sind unsere, angeblich freien und unabhängigen Medien, gerade dabei, mit ihrer Propagandamaschinerie einen der bekanntesten Sänger Deutschlands mundtot zu machen, weil er, wie schon Michael Jackson, den Mut hatte, unfassbare Praktiken als Fakten zu bezeichnen? So schreibt zum Beispiel die Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Leonie Feuerbach, Xavier Naidoo würde auf handfeste Verschwörungstheorien wie pädophile Politiker anspielen. Dass es sich bei schwerem rituellen Missbrauch an Kindern in hohen gesellschaftlichen Kreisen jedoch keineswegs um bloße Verschwörungstheorie handeln kann, wie von unseren Medien behauptet, sondern um mehrfach bewiesene Verschwörungspraktiken, zeigen auch die Berichte, zu denen die anschließend eingeblendeten Links führen. Denn wenn etablierte Medien, Parteien und Justiz es versäumen, diese schweren Verbrechen vollständig ans Licht zu bringen, ist jeder selbst aufgerufen, zum Wahrheitsfinder zu werden. Um es mit Xavier Naidoo's Worten auszudrücken, doch sie können nur so lang spielen, wie wir uns nicht informieren. Wo sind die Kämpfer hin? Am 25. Juni 2009 verstarb einer der berühmtesten und erfolgreichsten Musikstars der letzten Jahrzehnte, Michael Jackson, auch The King of Pop genannt. Mit bis zu 750 Millionen verkauften Tonträgern galt er als der einflussreichste und bedeutendste Sänger weltweit. Über seine Musik gelang es ihm, die Menschen quer durch Religionen, Ethnien und Ideologien, auch durch alle Nationen hindurch, im Herzen zu berühren. Zudem machte er in seinen Musikvideos auf Krieg, Armut und die weltweite Ungerechtigkeit aufmerksam und appellierte an einen friedlichen Zusammenhalt der Menschen. In den Jahren vor seinem Tod sah sich der Sänger jedoch einer Lawine von Anklagen und Prozessen wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch ausgesetzt, was seiner psychischen und körperlichen Gesundheit schwer zusetzte. Sein Image während dieser Zeit wurde über die Massenmedien hauptsächlich durch Negativpropaganda geprägt, die in der Öffentlichkeit den Eindruck eines geisteskranken Exzentrikers, komischen Pädophilen, Scheinheiligen, eines Freaks oder gar den eines Monsters hinterließen. Viele Ungereimtheiten blieben bei diesen Anklagen und Prozessen jedoch offen. So blieb die Frage seiner Schuld oder Unschuld bis zu seinem Lebensende ungeklärt. Nun wurde mit dem Buch Make that Change – Michael Jackson – Botschaft und Schicksal eines spirituellen Revolutionärs eine Biografie über das Leben des Künstlers veröffentlicht. Die Autorin Sophia Pate hat sich zehn Jahre lang intensiv mit Michael Jackson befasst, hunderte von Gerichtsdokumenten studiert, Interviews ausgewertet und Zusammenhänge sowie die Verflechtungen hinter den Kulissen ausführlich dargestellt. Das Ergebnis der Autorin lautete, 95 Prozent der Vorwürfe gegen Michael Jackson seien gezielt konstruiert und eingesetzt worden, um das Ansehen von Michael Jackson zu schädigen und seinen weltweiten Einfluss zu schmälern. Co-Autor des Buches Armin Reesie sagte dazu wörtlich, Es gibt keine Person, die so lange, so intensiv und über seinen Tod hinaus einer solchen Hufmordkampagne erfolgreich ausgesetzt wurde wie Michael Jackson. So habe zum Beispiel der britische Journalist Martin Bashir absichtlich negative Gerüchte um Michael Jackson geschürt. Aus der Filmdokumentation Living with Michael Jackson schnitt er gezielt Passagen heraus und erweckte durch seine Hintergrundkommentare den Eindruck, Michael hätte ein gestörtes Verhältnis zu seiner Sexualität gehabt. Kurz nach Michael Jacksons Tod widerrief der Journalist überraschend seine Behauptungen. Ebenso hätten laut den Buchautoren die Massenmedien während der Prozesszeit zahlreiche brisante Details, die für die Unschuld Michael Jacksons sprachen, ignoriert. Selbst der Verteidiger der Gegenseite in einem Prozess 1993, Michael Freeman, sagte, Doch wer hatte ein Interesse daran, dem Image von Michael Jackson derartig zu schaden? Eine Antwort liegt nahe, beachtet man jenes brisante Detail, welches während des Prozesses kaum Beachtung fand. So meldete sich der US-amerikanische Kinderstar Corey Feldman, bekannt aus dem Film Stand by Me, um als Zeuge für Michael Jackson auszusagen. Er gab bekannt, dass die Unterhaltungsindustrie von Hollywood von pädophilen Kinderschändern durchsetzt sei. Dies bestätigten inzwischen auch andere Stars öffentlich, wie zum Beispiel Elijah Wood, bekannt aus dem Film Herr der Ringe. Sehen Sie hierzu unsere Sendung Hollywood von Pädophilen durchsetzt. Corey Feldman sagte, Michael Jackson wäre derjenige gewesen, der ihn als aufstrebenden jungen Mann beschützt habe. Gemäß dieser wichtigen Zeugenaussage wäre Michael Jackson tatsächlich das genaue Gegenteil dessen gewesen, was die Medien über ihn berichten. Nämlich ein Beschützer und nicht ein Belästiger der Kinder. Genau vor solch lügenhaften Verdrehern im Hintergrund begann der erfolgreiche Popkünstler, auch die Öffentlichkeit zu warnen. Dabei ging es sogar noch über das Thema Pädophilie weit hinaus. Michael Jackson wörtlich Ich bin es leid, ich bin es wirklich leid. Ich habe es satt, wie uns die Medien belügen. Wie sie alles manipulieren. Alles, was um uns herum passiert. Sie sagen nicht die Wahrheit. Sie lügen. Die gleichen Leute, die unsere Medien manipulieren, manipulieren auch unsere Geschichtsbücher. Unsere Geschichtsbücher sind nicht wahr. Sie sind alle eine Lüge. Das müsst ihr alle wissen. Alles, was passiert und passiert ist, ist so, weil Verschwörer, größere Eliten die Macht besitzen. Es ist Zeit für einen Wandel. Und für diesen Wandel hatte Michael Jackson Pläne. Sein erklärtes Ziel war eine eigene Film- und Unterhaltungsindustrie zu etablieren, die seiner Ethik entsprach. Jackson, der tiefe Einblicke in die Welt der Musik- und Unterhaltungsindustrie hatte, wurde allem Anschein nach zur Gefahr für diejenigen, die er als Verschwörer und größere Eliten bezeichnete. Noch bevor er weitere Beobachtungen ans Licht der Öffentlichkeit bringen und seine alternative Film- und Unterhaltungswelt aufbauen konnte, kam er auf überraschende Weise ums Leben. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Ungereimtheiten zu den Anschuldigungen gegen Michael Jackson seitens der Justiz nie geklärt wurden. Der bekannte amerikanische Schauspieler Elijah Wood hatte sich am 22. Mai 2016 in der britischen Sunday Times über Pädophilie in Hollywood geäußert. Wood spielte im dreiteiligen Kinofilm Herr der Ringe eine Kinderhauptrolle. Der 35-jährige ehemalige Kinderstar sagte aus, Hollywood sei völlig von Pädophilen durchsetzt und im Griff von Kinderschändern, die von den Bossen des Schaubusiness gedeckt werden. Er hatte das Glück, von diesen perversen Kinderschändern bewahrt worden zu sein, weil seine Mutter ihm verbot, an Partys teilzunehmen. Aber anderen Kinderschauspielern sei von Schaugrößen, Produzenten und anderen der Branche regelmäßig bei Partys aufgelauert worden. Anne Henry, die Mitbegründerin von Biz Parents, einer Stiftung, die die Familien von Kinderschauspielern unterstützt, sagte, dass die Bosse des Schaubusiness ungefähr 100 aktive Täter decken. Ein Beispiel ist Jason James Murphy. Er arbeitete jahrelang unbehelligt als Casting-Agent für Kinder, bis er im November 2011 als verurteilter Kinderschänder entlarvt wurde. Verehrte Zuschauer, wie Sie sehen, braucht es hier den Druck der Öffentlichkeit, dass diese Missbrauchsskandale völlig aufgedeckt und geahndet werden. Denn es ist so, wie es Arthur Schopenhauer schon sagte. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Demnach bedeutet dies, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, die Verantwortung zu übernehmen, dass die Verursacher dieser Ungerechtigkeiten beim Namen genannt und zur Rechenschaft gezogen werden. Wussten Sie, dass mittlerweile nur noch etwa drei globale Agenturen auszumachen sind, durch die nahezu die ganze Welt mit Nachrichten gefüttert wird? Kontrolliert und nicht selten verfasst werden diese weltweiten Nachrichten gemäß Augenzeugenberichten von Udo Ulf Kotte und vielen anderen, durch hohe Militärs, Geheimdienste und so weiter. Wer darum die scheinbar vielfältigen Berichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, muss zu dem Ergebnis kommen. Sie stammen immer und überall aus ein und denselben Grundaussagen. Die ständig hochgejubelte Vielfalt liegt lediglich in den unterschiedlichen Zubereitungsweisen und geschickten Umformulierungen der Journalisten in aller Welt. Die zuvor genannten drei globalen Agenturen aber sind folgende. Erstens die amerikanische Associated Press, AP, mit weltweit über 4000 Mitarbeitern. Die AP gehört US-Medienunternehmen und hat ihre Hauptredaktion in New York. AP-Nachrichten werden von rund 12.000 Medien genutzt und erreichen dadurch täglich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Zweitens die quasi staatliche französische Agence France-Presse, AFP, mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4000 Mitarbeitern. Die AFP versendet pro Tag über 3000 Meldungen und 2500 Fotos an Medien in aller Welt. Drittens die britische Reuters in London, die privatwirtschaftlich organisiert ist und etwas über 3000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun wird sich der Durchschnitt Schweizer oder Deutsche sagen, das hat ja mit unserer Presse nichts zu tun. Diese Agenturen haben ja ihren Sitz in Amerika, Frankreich und Großbritannien. Wir haben doch eine vielfältige Presse durch unsere Pressefreiheit. Doch genau darin liegt der größte Irrtum. Wer die Medienberichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, wird feststellen, dass nahezu sämtliche Medien, auch in der Schweiz und Europa, ein und dieselben Berichte abändern und veredeln, die von genau diesen drei zuvor genannten Agenturen ausgehen. Ich begrüßt. Vielen Dank.